Das Kalte ist laufen und ist geschehen. Was bringt das doch? Wie wenigstens? Achtung! 3-2-1-Jugger! Jetzt ist es hier! Kette kommt raus. Eine Seite der Tasse darf. Gutes Heelchen auch! Kette nach wieder unten. Es ist eine Farce. Malu geht durch, wird zur Kette nach unten gehen. Der Schild kommt gleich direkt nach oben. Jetzt wird Malu versuchen, die Stürz zu können. Kettermann! Das war jetzt keine der besten Aktionen von dem Schiff, die ich hier gesehen habe. Das war auch nicht die Schreckenspiel für dieses Spielverlangen. Sie erwartet. Achtung! 3, 2, 1, Cs. Der Nr.G. Vormarsch. Der Nr.G. hat wieder den Fehler gemacht. 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 Ben Vector! Achtung! Lug die Punkte! BDERL! Achtung, 3, 2, 1, Stocke! Manu im vollen Fokus. Räuft rein, wegen Kette. Achtsteine, 10, 3,5 Meter, bei der... Achtsteine 10, 3,5, bei Achtung. Mit, aus Kette, ein Achtung, abgehalten. Aktiver Kettenblock. Mötig zu fünf Stellen. Luschen, wick an. Sehr schön, du hast gerade Röpfisch einfach so ein Punkt geschenkt. Hoffentlich bist du zurück. Achtung, 3, 2, 1, Jogger! Kettisch nicht längst! Kettisch nicht! Kettisch nicht! Großer Fehler von Nick. Einfach in den Läufer nachzukehren. Das war zwar wichtig, aber auch nicht. Achtung, 3, 2, 1, Jogger! Es gibt keine 4. Einfach in den Läufer. Kettisch nicht! Kette Ruck 1, das heißt, wir haben das! Kettisch nicht! Auf geht's nicht! Wir sehen hier taktisches Schlechtströmen. Achtung, 3, 1, Starger! Die meisten sind nicht am Arsch! Eins! Hälfte, dreiß! Hälfte, dreiß! Schönen Dominik! Ja! Ja! Auf den Marschland. Stop call, Amber! Das Flugzieht sehr verlassen aus. Wir erkeiten den Spaß. 3, 2, 1, Gange! Ich hab einen neuen Mali. Lauf! Lauf, Lauf! Lauf! Lauf, Lauf, Lauf! Lauf, Lauf! Lauf, 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 Lauf! Jetzt ist der Karte. Die Schuhe ist mit der Stimme und die Schuhe ist mit der Stimme. Jetzt! Wir haben ihn aufgehört. Sehr gut! Du hast ihn raus! Das ist ein bisschen vertauliert. Schuhe nach oben! Ganz rein! Alex! Nadine! Hey, ich habe Glück! Schnell um! Mann gegen Schuhe! Als Sieg hat, Händler aufgehört! Werden Stehen! Er kann auf mehrere Seite! Werden Stehen! Werden Stehen! Werden Stehen! Warum darfst ihr nicht mehr so sehen? Der Startpunkt rückt an die Höhlinge. Es ist die Höhle. Werden Sie stehen, wenn Sie stehen und auch Sie stehen. Werden sie verkackt. Von den beiden sterben durchgezogen und durchgezogen. Der Stab scheint unschallt, um Geduld zu haben, um den Stab zu machen. Es geht wieder los. Nach einer langen Diskussion, wenn er beschrieben wird, ob der Stab schlecht spielt oder er will zu anziehen. Das ist nur ein Blicklauf. Weg, weg, weg! Jetzt können wir alles ausmachen, aber er geht nicht. Manusverfahren, du gehst halt nicht. Gut aufgehangen von der rechten Seite. Nichts was hinter dir! Direkt brutales Gameplay von NLG. Der brutalste Hälfte, der Kampus-Jabber hierher. Schwingt den Start so ganz, die repressen, dass sie kaputt wird. Und das war jetzt tatsächlich kein sehr schönes Laufen. Erster Satz, 5-4-Nürk. Da wurde gerade am Arm und von der Kampus-Jabber. Achtung, 3-2-1, Jogger! Die Kampus-Jabber mit gleichwertigem Start. Das ist die Kampus-Jabber mitfeiftet. Er hat den Start! Mit dem Backen bestehen ein Stück aus. Der Kampus-Jabber mit einem Hochsteil von nachdem er sich bewegt. Der Kampus-Jabber mit demy 국oter-Jabber-Fartner Spiel wird gleichwertigem startet. Der Base of Jabs-Jabber mit Leister in die B traversier ist. Demnemann geht es ein mal auch nicht. Danny-Jabber mit demy-Jabber-Fartner für Kampus-Jabber. explosion desk равно was zu ihre Betriebeile, Heim-Üby-Jabber mit einen Kampus-Jabber, Ihr hört von sie das. Sie lässt nicht die Wahrheit. Auf der rechten Seite gewinnt das Käptn-Duell. Ja, auf der rechten Seite. Leider, du bist seit zwei, drei, 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 drei. In die Käpte! In die Käpte! Hinten, Hinten, Hinten! Hinten, komm hierher! Du musst jetzt gewinnen. Jawohl! Stab ist unten. Stab ist unten. Stab ist gerade Eis. Und jede Minute zur Kette! Die Kette ist auch rum. Ich bin da aufgenommen, dass das einfach körper war. Aber... Läuferin macht den Druck auf den Jug. Die Kette ist da unter Ruder. Wo ist die Läuferin rum? Sieh! Adressiv! Gut gespielt! Adressiv! Und Lucy kann stecken. Lucy... Anscheinend hat er von der Kette getroffen. Aber gut, war doch gar nicht. Anscheinend schon. Martin und Frischof. Dann zogen wir. Achtung! 1, 2, 1, Jörgert! 1, 2, 1! Malo! Malo! Halt! Läuferin! 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 Halt! Das Spiel ist durch. Alles in unten. Mutales Spiel. Heftig. Halt! 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 Malo kann versuchen. Malo hat die Läuferin. Läuferin von LLG ist wieder da. Holt sich den Jack. Hinten durchlaufen. Laufen durch. Halt! 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 Ahn zumX kell Halt! Halt! Der Stab liegt und das ist ein Winger für Energie. Achtung, 3, 2, 1, Jugga! Achtung, 3, 2, 1, Jugga! Kette, 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 Kette! Vor, 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 vor! Hinten fällt umdrehen! Auf die Kette aufpassen! Die Kette! Bleib bei der Kette! Los, sie umdrehen! Los, sie umdrehen! Aber wir werden bald. Achtung, 3, 2, 1, Jugga! Achtung, 3, 2, Jogger! Nimm den Ball! Lass sie weg! 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 Zusammen weiter! Und pinnen! Nein, die Kette! Die Kette, fände! Zusammen weiter! Und hin! Lass sie weg! Du sie hau ihn! Lucy, halt den Doppelpil! Halt ihn! Ich guck in deinen Rücken! Die Läuferin läuft! Manu helft Lucy! Manu helft gleich Lucy! Ich scheine nicht zu erfahren, zu sein, dass Läuferin bezahlt! Lass sie weg! Lass sie weg! Die Läuferin lässt sich tight. Und sie singt eine AG, 4-4! Lass sie weg! Ja, knappes Finale! Achtung! 3-2-1, Jogger! Und hier geht's los, das Spiel um den zweiten Satz! Gewinnsatz für NRG! Erster Start! Schönes Start! Pinnen! 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 Den Stab, den Stab! Lucy, genau! Lauf! 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 Weiter! Weiter! Lauf! 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 Los! Lauf! 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 Die Kette! Und Kette gegen Kette, mit Ausgleich für Manu, der Start kommt, wird aufgelegt, schnell! Leute von NRG hat den Jack und... Cool. Und das war's für NRG. Ja, das war's für NRG. Hab ich gesehen? Hab ich gesehen, aber sehr, sehr gut. Ich glaub das ist von den Pounds oder sowas. Also an dieser Stelle aus Spotify gibt's eine Poppen-Leader-Playlist. Gerne anhören. Die kenn ich auch.